hmm ok ok Skelett is down oh diese mini, ganz mini spinnen die sind ja ekelhaft was war das denn? keine Ahnung ist hier irgendwo ne Tü- Alter es muss doch weiter runter gehen oder nicht? Feuer Skelett halloo ich bin gleich down halleluja wie viel Leben hast du noch? nein ich will das hinten zu machen äh btf oh ich hab ja ich weiß ich hab nur noch zwei Herzen mit vier Herzen zu rücken ist das zufällig? ich ess mir eben das gute Brot pass auf hinter dir spinne ähm komm wir warten es hier drunter und ich hab 30 Level WTF naja ich hab auch 29 WTF ist nicht hier ja Flash ärgert jetzt hier nimmer damit aber ich mach das ja auch ja das ist ja ah ja ich muss ein bisschen, ich hab nur noch fünf Herzen, fünfeinhalb was ich will jetzt hier zu machen was mein was mein was ich will jetzt zu machen so sagt man nicht nein wie bitch halt jeder darf das ich darf das ich bin cool BTF Skelett schön mal dein Afterhol BTF ist hier nicht ach ich hab dich geklappt doch mal ich will mich jetzt groß von was denn? von dich selber? das wird's für dich doch immer passt doch mal ich weiß okay wir sind einmal rum über mir über mir äh spinne äh hallo oben hallo oh 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 da kommt was runtergefloor pass auf Dirtküger ich hab? ja ich hab was zwischengert aber weißt du was ich mache? guck mal so aha ups nein nein davon 9 Flur äh schon mal ein Problem wieder gelöst wir müssen aber weiter runter kommen ne? die noch weiter runter ist das muss man das geht noch weiter runter BILINIUUM BILINIUUM boah äh äh chest der Fall ist mehr zu problematisch BILINIUUM äh ich hab noch paar ich hab noch elf Kekse we sollten jetzt einfach mal lieber zurück gehen nochmal ich hab auch hier mit Hasen nur ein bisschen mehr zu verlegen aber ich rack nicht mehr deswegen ging es schon mal zurück ja zurück wollen wir sie durchführen oder gehen? nä wir gehen normalen Weg ich glaub wir können ja wir uns gar nicht durchführen oder? doch naja hast recht aua Enderman 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 lass sie weg mhm mhm warte ich will hier durch ja aah Dirtkümerge 9 ok ist er weg? Dirtkümerge 10 warte ok oh alter glück gehabt okay ich muss nur eine Fackel sitzen dann hab ich dazu entsprachen mit mir oben da ist sie weg oh digga spinne die wird woanders verringen hinter dir spinne 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 jetzt wird es echt ein bisschen critical lass mich vorgehen ich hab meinen kritischen Lebenszustand und hart live und ok one by one habt ihr ja nicht zufällig Prometium ne Prometium? ne Prometium gibt's bestimmt im Mesading aber wir haben noch nicht mal viel von dem Ding gesehen wir haben erstmal die obere Hälfte mhm es geht ja noch weiter es geht ja noch weiter runter ja und ich will noch weiter runter ich will irgendwo die Level hin tun ja ey das sie doch wir haben doch so wir haben doch so Drain Gitter wir brauchen nur einen Tank wo wir den Drain packen ja hier wir hätten nur noch einen dritten Tank oder nicht war das ein Drain? ein Drain ist doch ein Hahn nein äh nicht Drain doch ein Drain ist das ja aber wir hatten doch hier diese XP Drain genau ja genau ist er und wir brauchen noch einen Tank hier ist der ah hier ist der Tank ok ja weiter da ist auch noch eins drin hier ja weißt mal äh ja der wird bestimmt voll gehen hey jetzt passen da keine Lippen mehr rein voll ah ja ok 6 ich darf daneben sitzen oder? ja aber wegen dem Öl hier ne? nein der ist immer ja aber den brauchen wir vielleicht noch ja vielleicht warte mal weißt du was ich mache? ich hol mir mal das hier raus so na tu du als deine Reihe 4 Level kann ich verkraften äh wo ist dein? ey das ist ja nicht gleich schon wieder voll das ist sofort oder? doch das ist gleich voll ich rede ja ja das Album was du gemacht hast das hättest du gleich in den oh gut 4 Level kann ich auch ne? hä? ne das hatte ich gar nicht das hatte ich nicht 4 Level kann ich auch noch verkraften Alter wieviel fucking xp hehehe hehehe das ist ja nicht so sehr Centus hat äh okay äh da musst du mit ihm zusammen hin die Sachen ne? hast du sie jetzt grad irgendwie aus Centus oder so? ja wenn ich bei der anderen nicht weiterkomme dann mach ich da weiter also oh viel Spaß beim Wasser ne? hehehe von der Taunen hehehe auch gut das heißt du musst eine englische Quelle machen und gib Gas Wasser ruhigflash viel Spaß have fun jawohl die Wardbeck toll schon wieder so ein Heif äh äh tu mal das Heif hier oben in die schwarze Box da rein oh ich hab noch was da hochgekriegt und eine Spitze wo soll ich... was soll ich wo hinfahren? äh hinter dir am Eingang ist so ne... siehst du das Ding da? was da hängt an der Decke? ja da hab ich das reingetan äh dip 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 meine Rüstung ist noch im Platz okay ach warte mal ja hier ist noch eine die wir zur Nutz zusammen craften können ich hab mein safe mal da hin hattest du da die Coins reingetan? äh in die Essenskiste ja ja ok du auch die der? äh welche Coins? deine Coins oder hast du keine? ich hab keine mehr ich hab die alle schon in die Essenskiste reingetan ok hab ich schon rausgenommen grad äh der geht alles sofort raus ne? ja ich regiere so ähm neun Stück für ihn von den Stacks davon ok ich brauch neue Schwerter ähm ich brauch Sticks ach die Sticks hab ich hier oben hinget äh Sticks Sticks ach ich hab die Sticks ok warte ich teile mal eben äh wie gehen wir nochmal äh wie konnte man nochmal halbes Deck abziehen? jetzt gehen wir ja wo war das jetzt nochmal? ich hab so lange keiner ich hab so lange keiner Mann Mann Flash oh muss den nicht stein dienen? na den hab ich gehabt ach sie das jetzt die Sticks ich hab jetzt die Sticks ich kenn die Sticks ich kenn die Sticks ich kenn die Sticks so erstmal ne paar Schwerter ich schmeiß dafür alles oben in die Kiste rein ja schmitzack schmitzack Also gut, ich kann wieder die Schlachtel gehen. Äh, Fackeln. Aber stimmt, da brauchen wir auch noch mehr. Ich hab nur 6. Ich hab noch 16. Hier ist ein Kronblatt. Ja, mach kaputt. Mach kaputt, das Ding. Ich nehm mir mal ein Sticks. Ich hab 16 Fackeln, das reicht. Habt ihr nicht irgendwo in der Kiste die ganzen Dynamos? Diese Capitissive oder was? Ich hab 42 Fackels. Warum, was brauchst du denn? Die Steam-Deam-Nammos und alles. Hm. Ich glaub, das war ja nur jeweils ein. Keine Ahnung. Guck, 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 guck. Ich weiß es nicht. Weich. Ja, dafür kriegen wir immer nicht 30 Coins. So, Ladies. Komm, wir gehen wieder runter, Adela. Schlachten. Yay, ab in die Schlacht. Flieg. Hast du ihn runtergekriegt? Ich weiß, nein. Was auch, du hast gar kein Life gehört. Wie bist du ihn? Ey, bei mir in der Aufnahme ist das voll geil lustig. Du springst und kriegst keine Box von mir.